Lothar, es sieht so aus, als ob es auf den Sternen ein Unwetter gibt. Was? Wie kommst du nur da drauf? Na, schau mal hoch. Siehst du, wie die Sterne blitzen und funkeln? Aber Lukas, die blitzen doch gar nicht wirklich. Wie? Siehst du das nicht, Lothar? Doch schon. Aber das ist nur eine Lichtbrechung. Bis das Licht der Sterne hier zu sehen ist, fällt es durch die Luftschichten der Erde. Na und? Weil da diese Luftschichten ständig in Bewegung sind, brechen die das Licht der Sterne immer wieder. Und dann sieht es so aus, als ob die Sterne funkeln. Lothar, das ist doch Quatsch. Da gibt es einfach Unwetter mit Blitzen dort. Und das können wir hier sehen. Hm. Na, was meint ihr? Sind das dort Unwetter auf den Sternen oder nur eine Lichtbrechung? Though hier ist doch ein Glück. Unswetter bunt Was? Heute linepert sie mit Blitzen dort. Putjes Rot folks in Wetter ch spirituell wiederum. hillbegrubben Das war sie controller. Untertitelung des ZDF, 2020